Dann gehst du mit ihr dahin und machst dann mit, als wenn du schnückelst. Mach dir das Interessante. Hunde machen uns das nach. Vormachen nach. Jetzt darfst du dann ruhig mal einen Schritt, du darfst ihr ihr helfen. Sie weiß ja nicht, was sie soll. Sie lassen dann liegen, die Weste. Ja, das ist interessant. Das ist alles gut. Ruhig, ruhig. Wollte ich mitnehmen? Wunder, sprich mit ihr. Kehre, kehre. Wir bleiben mal ein bisschen weiter hinten. Die lassen sich ja längst noch schnell abnehmen. Und die Schnüffelchen mit der Hand zeigen. Schnüffel, selber. Sollte ich sie mitnehmen, Marianne? Du bist Dein ở. Die Schnüffelchen. Du bist aber dran. Lämmertal, darfst du mal reden? Die Schnüffelchen. Wie du so frauschen. Weiß d Compare, du? Ja, genau. Alles klar. Ich weiß, was sie soll. Wollen soll sein, was sie soll. Alles gut, alles gut. Alles angeschlossen. Alles egal, aber man würde sich das gar nicht stören. Gibt es doch nicht nochmal den Geruchsartikel? Ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Martina hat von der Angelika jetzt noch einen Taktisch gemacht, damit sie direkt lernt. Aber die hat das jetzt wunderbar verknüpft, dass der Geruch sie ist. Ja, pass auf, du wartest jetzt und gehst ein Stück ums Eck. Wir gehen jetzt nochmal ein Stück weg. Du hast noch einen Geruch von der Angelika und ich hole dich hier wieder ab. Du fütterst nochmal. Machst du? Genau, die kannst du schonmal mitnehmen. Tolle Maus! Hast du richtig toll gemacht! Ja, fein! Ja, ist doch super. Das wollen wir ja. Also wirklich muss sie auch richtig freuen, das muss der Jackpot sein. Toll! Weil es gibt ja auch viele Hunde, die sich von allen feiern lassen. Ja doch, da darfst du ja auch von allen hingehen. Also lieber sozial verträglichen Hunde, als was ich zuhause habe. Der sich nicht streichen lässt und dann pitchen. Ja, hallo. Das ist auch viel von Gewöhnungssachen. So, jetzt kannst du ja so gleich einen blassen Schimmer, was wir von dir wollen. Immer erst umschnallen, weil dann, wenn die direkt los, fisch mitgehen. Ja, direkt in den Artikel, dann ist klar. Den hat sie aber jetzt schon verstanden. Zumindest neugierig. Mit der Plastiktüte kann man das interessant machen. So, ich auch. Oh, guck mal! Super! Okay. Jetzt sie weg. Und dann gibst du ihr ja wieder Kommando. Und sie ist mit ihr schon mal drin. Und so. Genau, jetzt guck mal. Genau, jetzt guck mal. Hammann. Ich 어때. Jetzt gleich wieder. Frohends ein wenig. Zeig dir nicht zu dem Schnüffeln, dass sie dir nicht in die Beine breiten. Das ist ein bisschen eng, lasst ihr ein bisschen mehr Leine, damit ihr ja nicht so dritt im Schnüffeln steht. Die erste Idee stimmt zu 99 Prozent. Das muss sie jetzt erst mal verarbeiten. Hast du was schön gemacht? Ja. 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 Umso früher die das lernen, umso einfacher fällt dir das. Ja. Das ist wie bei Kindern. Umso früher du lernst, umso leichter fällt es einem. Wasser ist wichtig. Entweder sie nimmt es, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ja. Das ist super. Ja. 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 Ja.